Regina Heilmich besorgt, Kampf gegen Stefan Raab bereitet Kopfzerbrechen.Stefan Raab hat Regina Heilmich zum dritten Mal herausgefordert. Doch dieser letzte Boxkampf wird anders als die beiden zuvor, nicht nur wegen des Alters der beiden. Naja, man darf nicht vergessen, Stefan Raab hat mindestens 35 Kilo mehr als ich, so Regina Heilmich vor wenigen Tagen am Rande der Spa-Awards gegenüber RTL. Und da muss sich ein normaler Mensch einfach mal vorstellen, wenn jetzt jemand auf dich zu gerannt kommt mit 35 Kilo mehr. Es ist für mich also sehr viel mehr Kraftaufwand als für ihn. Punkt daher setze sie auf ihre Schnelligkeit. Aber es ist nicht so leicht. Normalerweise sagt man, ein Boxer gegen einen anderen Boxer mit 35 Kilo Unterschied, keine Chance. Also deshalb. Ich muss schon gut trainiert sein, das ist klar, so die ehemalige Boxweltmeisterin. Und damit hat sie recht, immerhin gibt es einen Grund, dass mit der Entwicklung des festen Regelwerks im Boxen auch Gewichtsklassen eingeführt wurden. Was wiegen Stefan Raab und Regina Heilmich? Er wäre sechs Gewichtsklassen über ihr, wenn sie ein Mann wäre. Heilmichs letztes bekanntes Gewicht waren 53 Kilogramm bei einer Körpergröße von nur 160 Zentimeter. Raab wog 2007 84 Kilo, ist 1,81 Zentimeter groß. Wie viel Stefan Raab heute wiegt und was die Ex-Boxerin 2024 auf die Waage bringt, ist nicht bekannt. Doch gehen wir einfach mal ganz naiv davon aus, dass beides noch stimmt. Dann würde Heilmich im Amateurbereich der Männer in die Kategorie Bantam-Gewicht fallen. Raab hingegen wäre ein Schwergewicht. Dazwischen liegen fünf Gewichtsklassen, nämlich Leichtgewicht, Halbwältergewicht, Wältergewicht, Mittelgewicht und Halbschwergewicht. Keine fairen Bedingungen. Hinzu kommt, dass sie eine Frau ist, die beiden also in einem richtigen Kampf gar nicht gegeneinander antreten dürften. Doch Heilmich rechnet sich am 14. September 2024 gute Chancen aus, immerhin gewann sie 2001 und 2007 spielend leicht gegen den ehemaligen TV-Total-Moderator. Doch die ehemalige Boxweltmeisterin ist jetzt 47 Jahre alt, hat seit 17 Jahren nicht mehr richtig, die Boxhandschuhe, angehabt. Daher zögerte sie, als Raab jetzt auf sie zukam. Ich habe überlegt, ob ich das nochmal machen soll und dann gedacht, das waren zwei geile Shows damals. Und ich traue mir das zu. Insofern habe ich dann gesagt, okay, Stefan, machen wir's. Und ich traue mir das zu.